Ich habe Sarah Fierke, Ich habe Sarah Fierke, Ihr Anlitz, mit zweien decken sie ihre Füße und mit zweien flühen sie. Und eine rief zu dem anderen und sprach, Heilig, heilig, heilig ist der Herr Sebaoth, Alle Lande sind seine Ehre voll. Und die Schwellen bebten und der Stimme ihres Rufes und das Haus ward voll Rauch. Da sprach ich, Wiehe mir, ich vergehe, Denn ich bin unreine Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herr Sebaoth, gesehen mit meinen Augen. Da flog eine Serafim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, Die er mir der Zange von Alter nahm Und rührte meinen Mund und sprach, Siehe, Hiermit seien deine Lippen beruht, Dass deine Schuld von dir genommen werde Und deine Sünde gesund sei. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach, Wenn soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, Hier bin ich, Sende mich. Geil, Mama, Sagt ein Bub Zu seiner Mama, Als sie miteinander in einer Kirche, Kirchenfenster von heiligen Figuren betrachten. Jetzt weiß ich, was ein Heiliger ist. Einer, durch den das Licht scheint. Dem Licht Gottes, Seine Heiligkeit und Herrlichkeit, Begegnet auch der Prophet Jesaja. Überwältigt ist das für ihn. Aber auch heilsam und tröstlich. Der Berufung des Propheten Jesaja, Fast 3000 Jahre her, Jesaja hat eine Vision. Er steht vor dem Thron Gottes. Atemberäubend. Atemberäubend. Alle Sinne, der ganze Mensch wird erfasst und uberwältigt von der Gegenwart Gottes. Und so kam er am Ende von unserem Predigtext den wunderbaren Satz sagen, Hier bin ich, Sende mich. Hier bin ich, Leuchte durch mich, Rede durch mich, Brauch mich, Brauch mich, Wie du möchtest. Am Anfang steht die Begegnung mit Gott und seiner Heiligkeit. Jesaja sieht Gott in seine große Herrlichkeit. Der Thronsaal und der Tempel sind zu klein, Gott zu fassen. Bereits der Mantelsäum von Gottes Gewand fühlt den Tempel aus. Engel rufen einander zu, Heilig, Heilig, Heilig ist Gott. Der ganze Erde ist voll seine Herrlichkeit. So strahlt die Herrlichkeit und der Glanz Gottes aus die ganze Welt. Das hebräische Wort Kabot bedeutet auch Reichtum, Ansehen, Pracht oder Schönheit, Würde, Kraft und Macht. Kabot leidet sich von einem Verb ab, das eigentlich schwer sein bedeutet. Im u-betragenen Sinn meint das Wort auf Deutsch Ehren, also Gewicht, Bedeutung haben. Was hier erzählt wird, das ist keine Geschichten von lieben Gott, der mal freundlich vorbeischaut. Nein, hier offenbart sich der Macht Gottes, gewaltig und überwältigend, großer als alles, was ein Mensch sich vorstellen kann. Und der Mensch vor Gott erkennt seine Unvollkommenheit, seine einige Winzigkeit, seine Sünde. Jesaja wird von dieser Heiligkeit und Herrlichkeit Gottes, von seiner Schönheit und Pracht überwältigt. Vor diesem Gott werden dem Jesaja seine Schuldigkeit und Fehler bewusst. Wie mir, sagt er, ich bin verloren. Denn ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen und ich wohne in einem Volk mit unreinen Lippen. Aber Jesaja muss nicht in Grund von Untboden versinken und sterben. Ein Engel berührt seine Lippe mit einer glühende Kohle vom Alter. Die Schuld des Jesaja wird vergeben. Jesaja darf vor Gott bestehen. Noch mehr, die Vergebung und Liebe haben den Jesaja verwandelt. Vorher war er verzweifelt und schüchtern. Jetzt kann er nicht anders, als sich Gott zur Verfügung zu stellen. Seine Botschaft der Liebe ist wie ein Licht, zeigt das Dunkel in unseren menschlichen Herzen. Seine Liebe, sein Ruf nach Gerechtigkeit und Solidarität mit dem Schwächsten und Ärmsten, prallt am harten Herzen, blinde Augen und tauben Ohren. Ich finde es immer wieder spannend, wie Gott Menschen beruft und aussucht. Damit sie sozusagen Mitarbeiteten seiner Sprachruhe, seiner Boden werden. Ganz normale Leute, wie du und ich, die mit ihrem Leben auf Gott hinweisen dürfen. Aber das Tolle an Gott, der als Vater die Welt erschaffen hat und liebt, der als Jesus Christus für alle, besonders für Verlorenen und Benachteiligen als Erlöser gekommen ist und der als Heiliger Geist der Geschöpfte verbindet und mit Gott versohnt. Das Tolle an Gott ist, dass alle ihm wichtig sind. Klein oder groß? Klein wie die Kinder, die wir heute gesegnet haben oder alt. Wie ihre Opas und Omas. Mit oder ohne große Einkommen. Mit mehr oder weniger Fehler oder Schwächen. Nicht alle werden besondere Propheten oder in der Geschichtsbüche landen. Aber Gott begegnen, das können alle. Weil Gott alle bedingungslos annimmt, ohne einige Leistung auf unserer Seite. Oft fühlen wir uns dafür nicht gut genug. Doch will Gott uns mitten im Alltagsleben begegnen. Gott will uns zusagen, dass wir wichtig sind für ihn. Und dass er uns niemals vergessen wird. Und wer Gott begegnet, der bleibt davon nicht unberührt. Wenn Gott Menschen begegnet, dann werden sie manchmal unsicher. Doch Gott kommt immer wieder auf uns zu. Als liebevoller Vater, als mitgehender Jesus durch dick und dünn, immer bei uns. Und als heiliger Geist, die immer wieder neu die Verbindung zu Gott und unseren Mitmenschen herstellt. Ja, wir sind schwach und sündig. Wenn wir in Gottes Gegenwart erscheinen, dann werden wir uns immer wieder unserer Unreinigkeit bewusst. Gottes strahlende Heiligkeit weist sozusagen auf unsere menschliche Schwäche und Sündhaftigkeit und unsere innere Dunkelheit hin. In Licht der strahlenden Heiligkeit Gottes sehen unsere sündigen schwarzen Herzen besonders dunkel aus. Und wenn wir Jesaja fühlen und wie Jesaja fühlen, fühlen wir uns dann unwürdig. So überwältig und wollen vor lautes Scham von Boden verschluckt werden. Aber dann kommt Gott selbst mit seiner unendlichen, unfassbaren Liebe und Barmherzigkeit und berührt uns. In seiner göttlichen Heiligkeit berührt er uns, weil er mit uns in Beziehung sein möchte. Gott nimmt uns an, so wie wir sind. Wir müssen uns nicht einmal beweisen. Wir müssen keinen Beitrag leisten. Wir müssen Gott nicht beeindrucken. Gott nimmt uns an, wie wir sind. Gott nimmt uns bedingungslos an. Deswegen müssen wir immer wieder unsere Sehnsucht nach Gott nachgeben. Orte und Zeiten der Gottesbegegnung aufsuchen. Jesaja geht in den Tempel. Wir können in die Kirche oder in der Gemeinde gehen. Wir können in den Gottesdienst gehen. Wir können auch in die Natur gehen. In die Stille. In unsere Zimmer. Musik hören. Ein Worship-Lied. Ein klassisches Stück. Und uns auftun. Unsere inneren Ohren und Augen auftun. Wenn Gott uns da begegnet, wird er uns zeigen. Er ist unfassbar groß. Seine Gegenwart erfüllt die ganze Erde. Darum können wir in allem, was wir sehen, hören, spüren und empfinden, mit all unseren Sinnen ihn erfahren. Auch in Momenten des Erschreckens, wo wir uns ängstigen, des Zerbrechens, wo unsere Mängel und Schatten, Schuld uns bewusst werden, können wir sagen, dürfen wir sagen, hier bin ich vor dir. Gott kommt uns immer entgegen. Fürchtet euch nicht, sagt Jesus, den Jünger in Sturm auf dem See. Ich bin's. Und den Jünger, die sich kurz nach Karfreitag und Osten aus Angst eingesperrt haben, begegnet der auferstandene Jesus. Er geht zu ihnen in Raum, in dem sie sich eingeschlossen hatten und sagt, Friede vor euch. Und er hauchte sie an und spricht zu ihnen, empfand den Heiligen Geist. Das meint heilig werden. In Berührung kommen mit Gottes Geist, mit seiner Vergebung, seiner Liebe. Aber Jesaja dürfte es schon erfahren. Also heilig wird das, das mit Gottes Geist, Atem und Hauch erfüllt wird. Gott erfüllt uns mit seinem Geist, seinem Atem, seinen Hauch, dass wir tönen, klingen. So wollen wir leben, klingen, wie wir sollen. Resonanz geben auf das Wirken seinen Geistes. Das Sagen und Aussprechen, was Gott durch uns will. Das Tun, was er durch uns möchte. Auch bei Widerstände und Gegenwind. Da schön leuchtet Jesus Christus auf. Gott, der uns kennt und trotzdem liebt. Er, der all unsere Mängel, all unsere Abgründe erfüllt, Schuld zudeckt, Schuld vergeht und unser Herzen verwandelt mit seiner Liebe. Hier bin ich, sende mich. Diesen Satz auszusprechen und auszuleben, bedeutet ja nach jeder Lebenssituation etwas anderes. Hier bin ich, sende mich. Könntet ihr, könntest du das sagen? Was könnte es heute für mich bedeuten? Es gibt keine unwichtigen Zeiten oder Orte. Jede Tätigkeit, jede Begegnung und jedes Zusammensein mit einem Mitmenschen ist wertvoll. In allem leuchtet ein einmaliger, kostbarer Glanz. Jeden Tag neu, können wir es neu buchstabieren und treu auch in kleinen Ausleben. Hier bin ich, sende mich. Dieser Satz darf uns leiten, wenn wir fröhlich sind und auch, wenn wir in dunklen Momenten das Leben stehen. Weil es einen gibt, der uns mit seinem Geist erfüllen möchte. Einen, der sein Licht durch uns scheinen lassen möchte. Das hat auch die kleine Bibel in der Kirche verstehen. Amen.